Musik Hallo Emma! Grüß dich Paula! Na wie geht's? Gut, danke! Komm rein! Du, ich mache gerade ein Ratespiel in meinem Teermagazin. Ich brauche deine Hilfe. Aha, ich habe keine Lust. Ich möchte lieber Musik hören und quatschen. Ach, hör bitte zu und setz dich. Okay. Mir fehlen noch zwei Wörter. Also, Musikinstrument aus Spanien. Hm, vielleicht Gitarre? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Hm. Nee, Kastagnetten! Meinst du? Na klar! K-A-S-T-A- Moment, Moment! Bitte nicht so schnell! Also, K-A-S-T-A-G-N-E-T-T-E-N Super, danke! Und jetzt ein letztes Wort, bitte. Teamsport mit Ball. Handball, Basketball, Fußball? Nein, mit V. Volleyball. V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L Ich hab's! Limonade! Ja! Schön, können wir jetzt Musik hören? Nein, ich rufe jetzt die Redaktion des Magazins an. Redaktion, mein Tier, mein Freund. Guten Tag! Hallo, ich möchte gerne bei eurem Gratenspiel mitmachen. Ich habe das Lösungswort. Aber gern! Also bitte? Ist Limonade richtig? Genau! Limonade ist richtig! Du gewinnst ein Abonnement für sechs Monate. Super! Und jetzt ein paar Fragen. Wie heißt du? Ich heiße Paula Walter. W-A-L-T-E-R. Aha! Und wie alt bist du, Paula? Ich bin 14 Jahre alt. Gut. Wo wohnst du, Paula? Ich wohne in Balingen bei Freiburg. Freiburg. Hm, gut. Du magst unser Magazin, nicht? Oh ja, es ist super. Ich mag Tiere. Also besonders mag ich Hunde und Katzen. Du bist eine Tierfreundin. Das ist ja schön. Letzte Frage, Paula. Hörst du Popmusik? Hm, ja. Also ich mag Lady Gaga, Maroon 5 und auch One Direction. Das ist cool. Ich schicke dir dann auch unseren Link mit aktuellen Pop-Songs. Ich brauche aber deine E-Mail-Adresse. Echt cool! Vielen Dank! Meine E-Mail-Adresse? paula14.gmx.de Gut. Also Paula, tschüss und viel Spaß beim Lesen. Danke. Tschüss. So, und jetzt hören wir Musik.